Hallo, heute ist Samstag, der 19. Dezember. Das 19. Türchen ist für dich aufgegangen. Ich nehme dich mit in die Jugendbücherei der Stadtbücherei Sonntofen. Hier sind die Zauberbücher und die Fantasy-Romane. Und ich habe ein Märchen für dich. Es war einmal. Es war einmal ein Holzfäller. Der wohnte mit seiner Frau und seinem Vater in einer kleinen Hütte am Rande eines Waldes. Und er machte sich wie jeden Tag auf den Weg zur Arbeit. Da traf er seine Nachbarin, die Gänsehürtin. Einen schönen guten Tag, rief er. Ja, sagte sie, ein schöner Tag, das ist es wirklich. Den wünsche ich dir auch. Sie trieb die Gänse vor sich her und der Holzfäller ging weiter in den Wald. Ach, sagte er, was geht es mir doch gut. Ja, ich liebe meine Arbeit. Das ist viel, wenn ein Mann seine Arbeit liebt. Aber dann blieb er stehen und er sagte sich, naja, aber ich verdiene nicht viel. Es reicht gerade immer so, um satt zu werden. Vielleicht ist es doch wenig. Wie er weiter ging, da sagte er sich, aber ich liebe meine Frau und sie liebt mich. Ach, das ist viel. Aber, wir haben kein Kind. Und meine Frau wünscht sich doch so sehr eines. Ach, es ist wohl doch wenig. Aber, aber ich habe einen guten und freundlichen Mann zum Vater. Wir leben alle unter einem Dach. Das ist viel. Aber, mein Vater ist blind. Er sieht nichts mehr. Ach, es ist wohl doch wenig. Oder viel? Ich weiß es nicht. Und wie er noch so überlegte, ob er nun viel oder wenig hatte, da hörte er plötzlich etwas. Eins, zwei, drei, Hau, Ruck. Eins, zwei, drei, Hau, Ruck. Aber sehen konnte er niemanden. Da folgte er nicht seinen Augen, sondern seinen Ohren. Eins, zwei, drei, Hau, Ruck. Da unten, an der Wurzel der Zirbelkiefer, da war ein winzig kleiner Wagen. Es war der Wagen des Elfenkönigs. Er hatte sich mit einem goldenen Wagenrad festgefahren. Davor waren sechs weiße Mäuse gespannt. Dahinter war die Leibwache des Elfenkönigs. Das waren zwei Kröten. Und in dem Wagen saß der Elfenkönig selbst. Die beiden Kröten, die versuchten, den Wagen wieder frei zu schieben. Eins, zwei, drei, Hau, Ruck. Aber sie schafften es nicht. Ach, sagte der Holzfäller, ja, da kann ich helfen. Er bückte sich und er gab dem kleinen Wagen einen kleinen Schubs. Aber das war für den kleinen Wagen ein großer Schubs. Die Mäuse stolperten, die Zügel verhedderten sich. Dem Elfenkönig fiel die Krone vom Haupt und die beiden Kröten fielen flach aufs Gesicht. Aber was bei einer Kröte nicht so einen großen Unterschied macht. Aber als der Elfenkönig die Zügel wieder geordnet hatte und die Krone wieder zurechtgerückt, da sagte er zu dem Holzfäller, danke. Ich will es dir gedenken. Ich will es dir vergelten. Du hast einen Wunsch frei. Und dann fuhr er mit seinen Wagen in den Wald hinein, wo er schon bald hinter den großen Bäumen verschwand. Oh, sagte der Holzfäller, einen Wunsch. Ich hab einen Wunsch. Ich wünsche mir Gold. Dann sind wir reich und all die Not hat ein Ende. Hm. Aber meine Frau, die wünscht sich ja so sehr ein Kind. Er hatte umgedreht. Er war wieder auf dem Heimweg, denn er musste seiner Frau erzählen, was geschehen war und dem Vater auch. Aber er sagte sich, Hm. Ein Wunsch, was wünsche ich mir? Ich weiß, ich wünsche mir, dass mein Vater wieder sehen kann. Das ist ein guter Wunsch. Aber dann sieht mein Vater, wie arm wir sind. Was mach ich denn bloß? Er kam aus dem Wald heraus und wieder kam die Gänsehirtin ihm entgegen. Holzfäller, rief sie. Ja, was ist denn dir passiert? Hast du was verloren? Nein, sagte der Holzfäller, verloren habe ich nichts. Eigentlich habe ich was zu viel. Denn wenn man von allem so wenig hat, dann ist ja ein Wunsch zu wenig. Wie bitte, sagte die Gänsehirtin, das verstehe ich nicht. Der Holzfäller erzählte ihr, was gerade geschehen war und dass er nicht wusste, was er nun mit dem einen Wunsch anfangen sollte. Da lächelte sie. Holzfäller sagte sie. Das ist doch ganz einfach. Weißt du, was du machst? Und sie flüsterte es ihm ins Ohr. Ah, sagte der Holzfäller, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Er lief zu seinem Haus. Er machte die Tür weit auf. Und dann rief er. Elfenkönig, Elfenkönig. Ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass meine Frau an der Wiege steht, die aus Gold ist. Und mein Vater daneben und das Kind anschaut, das darin liegt. Da hatte er mit einem Wunsch all seine Wünsche erfüllt. Da kehrte das Glück ein. Und ich wünsche dir, dass es bei dir auch einkehrt. Das war mein Märchen für heute. Morgen gibt es wieder ein Märchen für dich. Bis morgen.